Warum der Aufstand? Ist doch nur ein Unterhaltscheck. Ein Unterhaltscheck? Das hier ist mein letzter Unterhaltscheck. Ist der nicht wundervoll? Ach genau, Judas heiratet dieses Wochenende. Allerdings. Und weißt du, was das heißt? Dass du hier ein paar Mäuse beisteuern kannst. Der war gut. Nein. Das bedeutet, ich krieg neue Unterwäsche. Also, wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hole jetzt meinen Sohn ab und händige diesen letzten Blutzoll der ehemaligen Mrs. Alan Harper und baldigen Mrs. Herb Malnick aus. Gott möge ihm gnädig sein. Amen. Okay, dann nimm deine Kamera mit und mach einen Schnappschuss wie Judith, der Teufel ihren Alan aus den Klauen lässt. Ich hab sie in der Tasche. Eins muss ich dir lassen, Charlie. Das mit dem Copyshop war eine klasse Idee. Und das Foto gibt eine klasse Weihnachtskarte. Gehst du nicht an die Tür, Herb? Schrei mich nicht an. Das nennst du Schrein? Das hier ist Schrein! So komisch ist es auch wieder nicht. Oh, hi Alan, Charlie. Herb, das war ja eben zum... Oh, weißt du, ich dachte, wenn ich nun schon mal hier bin, dann geb ich dir zum letzten Mal deinen Unterhaltscheck. Alles drauf. Was sollte denn das? Das ist mein Souvenir. Ich hol jetzt Jake. Ach, sie ist doch ganz cool. Machen wir noch eins mit dem großen Schreck. Nein, vergiss mal über den großen Schreck. Tja, ähm... Wo steckt denn Jake zum Teufel? Woher soll ich das wissen? Du solltest ihn doch für seinen Vater ver... Hey, das hab ich im Gebüsch gefunden. Nein, nein. uerh Vielen Dank.